Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Mein Name ist Florian Petzold von Rockstar TV. Ja, jetzt ist schon wieder Stille. Nein, Quatsch. Wieder ein Single-Podcast von mir hier für euch, aufgenommen in den Hallen des Rockstar TV. Mann, sollte ich mal aufräumen hier. Worum geht's? Es gibt zwei Neuigkeiten. Einmal betrifft es den Podcast und die Qualität des Podcastes. Fangen wir mal mit der Qualität des Podcastes an. Also es geht um die technische Aufnahme. Ich hatte ja diesen tollen und sehr geilen Podcast mit Sascha Beselt. Hey, ich hab's richtig ausgesprochen, weil ich wieder an den Esel gedacht habe. Da sind extreme Fauxpas passiert. Also ich benutze hier so ein Tool, womit man online, also wie ein Telefonat halt. Und darüber können wir, kann ich halt aufnehmen. Und das Problem ist, es ist nur eine Audiospur. So, und da fangen schon Probleme mit an. Der eine ist zu leise, der andere ist zu laut. Sascha war damals, äh, damals, ähm, war damals so nett und lieb. Weil ihr habt ja mitgekriegt gehabt, irgendwie, er ist ja Musiker, Gitarrenlehrer und das alles. Und daher kennt er sich im Studio halt einfach ein bisschen aus mit, ein bisschen ist gut, äh, mit, äh, Audio-Manipulation. So, und dann hat er natürlich den Podcast einmal nochmal zur Brust genommen und ihn verbessert. So, damit sowas nie wieder vorkommt, äh, und für alle anderen, die auch demnächst teilnehmen, äh, ihr solltet Kopfhörer, Mikrofon und einen Audio-Player auf eurem Rechner haben. Ähm, so, damit wir diesen Podcast auch vernünftig aufnehmen können. Und dass da auch dann halt zwei Audiospuren passieren, so, damit die Qualität definitiv, äh, eine bessere ist. Ich habe auch festgestellt mit dem Wave 1 Mikrofon und mit meinem Mac, der schon ein bisschen was auf den Lenzen hat. Das ist ein Modell von 2012. Wenn ich zu laut reinspreche, kommt meistens so ein Gekräusel mit dabei. Ähm, ich, äh, gebe dem mal Schuld in dieser Kombination mit einem Mikrofon, was über USB funktioniert, ähm, äh, äh, was neu ist. Äh, äh, neuste Technik und so, ne, mit alter Technik. So, und deswegen gibt's da auch einfach auch mal ein paar Frequenzstörungen. Das meinte ich vorhin mit diesem Gekräusel. Nun gut, also, ähm, Qualität verspreche ich hiermit hoch und heilig irgendwie, ähm, wird definitiv besser werden. Wow, so, äh, und jetzt kommt's zur zweiten Kiste. Ja, der Podcast wird erweitert mit einer Person, mit der ich auch schon Podcasts geführt habe. Ähm, und, äh, wir sind gerade dabei am Strukturieren, wie dieser Podcast laufen wird und auch soll. Deswegen ist wichtig für uns, liebe Zuhörer, also für uns demnächst, liebe Zuhörer, ähm, welche Themen euch einfach mal da draußen so auch interessieren. Weil ich will ja hier, ähm, auch so euch mit einbinden in dieser Community irgendwie, die ich ja gerade versuche aufzubauen. Ne, als, äh, Storyteller, so braucht man ja auch eine gewisse Community, hab ich mal gehört irgendwie. Irgendwie, ich hab ja dazugelernt, ähm, und, ähm, da seid ihr auch gefragt irgendwie, halt, es gibt ja verschiedene Themen da draußen. Hm, keine Ahnung, irgendwie, äh, so wie ich's ja auch geschrieben hab im Blog, zum Beispiel mit dieser, äh, SRAM GX, äh, Axis, äh, Schaltung. Irgendwie, ist ihr Geld wert? Ja, nein, vielleicht. Ich hab geschrieben, irgendwie, für mich ist das eine Alternative, irgendwie halt, das günstigste Produkt, äh, zu erwerben, äh, und, äh, diese Schaltung gegebenenfalls dann an meinem neuen Bike, ähm, anzubauen. So, ähm, sollen wir sowas nochmal thematisieren? Oder sagt ihr allgemein, nee, nee, mach mal einfach so, wie ihr es irgendwie gut dünken ist, irgendwie so, wo es, wie es auch im Description steht, lass mal labern? Ähm, möchtet ihr mehr, dass wir, ähm, Gäste einladen, ähm, die mit uns über ihre Firma diskutieren, philosophieren, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, etc., pp. Schreibt es einfach mal hier unten drunter in dem Podcast, also auf Rockstar TV, wo dieser Podcast auch veröffentlicht wird, nicht nur hier auf iTunes oder hier auf, ähm, äh, Spotify, äh, Amazon oder, oder Google Podcast, sondern auf Rockstar TV, da unten haben wir so einen Kommentarfeldbereich, äh, Name, E-Mail-Adresse eingeben und dann schreibt uns einfach mal, was erwartet ihr so ein bisschen von uns? Also, also der zweiten männlichen Stimme, die da den nächsten Einzug halten wird, hier in diesem Podcast. Ähm, ich bin darauf sehr gespannt, äh, ob es überhaupt ein Feedback gibt, ob überhaupt schon einer überhaupt diesen Podcast hört, ähm, ich ziehe das halt durch irgendwie, mir macht das Spaß, ähm, quatschen liegt mir sowieso irgendwie, wie einige schon bemerkt haben und auch durch Telefonate bemerkt haben, wenn diejenigen jetzt zuhören sollten. Ähm, es ist halt einfach ein Medium, was ich mittlerweile sehr liebe, diese Podcasterei, wenn man das so nennen darf, dürfte, müsste, ähm, ähm, ich könnte noch interessante, äh, Leute einladen, ähm, 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 Macher, ähm, Fahrer, ähm, wie auch immer, aber, ähm, aber, ähm, gebt uns mal die Thematiken, wie gesagt, in den Kommentarbereich so ein bisschen vor, wo sollen wir vor euch hingehen? Ja, also, was sollen wir, äh, 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 bequatschen, ähm, ähm, oder, oder sollen wir uns einfach auch mal hier hinsetzen, irgendwie uns einfach tierisch besaufen und dann irgendwie reinnüscheln? Nein, 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 nein. So, 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 ach, Biken, Bier und Barbecue, jaja, alles gut. Gut, das Thema ist sowieso ein bisschen schwierig, gerade momentan bei mir, aber ihr kennt das ja, ich habe dazu einen sehr, sehr langen Artikel hier in meinem Podcast, also nicht in meinem Podcast, auf meinem Blog Rockstar geschrieben, äh, mit, äh, Ü40 anfangen Enduro zu fahren, ähm, wer ihn noch nicht gelesen hat, bitte einmal kurz durchlesen, sind auch nur 2000 Wörter mit Rechtschreibfehlern drin, um Gottes Willen, die ich ja hier im Podcast nicht machen kann, leider. Ja, na, neben Asi Positas auch noch Asi Legas Deni und, ähm, ja, so schaut das momentan aus. Also, Qualität wird verbessert von diesem Podcast, ich hoffe, diese Qualität gefällt euch jetzt mittlerweile besser, ähm, und es kommt noch eine zweite männliche Person dabei, wer das ist, ach, wie, ich hab's ja vorhin schon mal was gesagt, ähm, werde ich noch nicht sagen, ähm, aber auch eine sehr, sehr ruhige und bedächtliche, bedächtigte, 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 auf jeden Fall interessante Person, äh, und, ähm, ja, ähm, ja, äh, wenn er da ist, also, es wird eine große Ankündigung kommen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ja, ne, also, Qualität, zweiter Mann im Podcast, Ich fordere euch auf, gebt mal ein paar Themen vor oder irgendwelche Ideen, was ihr habt oder wen wir versuchen sollten einzuladen, um mit unserer Art und Weise mit ihm zu kommunizieren und euch dann halt einfach mal ihn zu präsentieren auch. Und, ähm, ja, in dem Sinne war's da schon, heute mal nur ein ganz, ganz kleiner Minimal-Podcast, hier aus dem schönen Kastro-Brauxel, mitten im Ruhrpott, und, äh, ja, was gibt's noch zu sagen? Wenn ihr draußen fahrt, fahrt auf legalen Trails, habt Spaß dabei, macht nicht so große Sprünge irgendwie, und dass ihr euch auf die Fresse legt, weil die Kliniken werden schon wieder voller irgendwie halt, und da brauchen die jeden Arzt, jeden Arzthelfer, jede Krankenschwester irgendwie halt, und denkt daran, das eine ist wichtiger, als wie, wenn wir da einen 10-Meter-Sprung oder was weiß ich auch immer machen, wir müssen es nicht unbedingt auf die Fresse legen oder maulen, so wie wir es ja gerne sagen. In diesem Sinne, schönes Wochenende, gute Fahrt, euer Florian Petzold von Rockstar TV. Ciao!